hallo und herzlich willkommen ich bin natürlich auf die anderen ticket und heute haben wir das spiel solidarie grand harvest ich akzeptiere spielen wir solidarität solidarität okay 3 2 1 Was? König? König König Dame Bubbe Zehn Neun Acht Zehn Sechs Fünf Vier Drei Zwei As König König Vier Zehn Neun Acht Zehn 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 wenn sie habe ich 6 5 4 7 8 9 10 654 ist besser dann habe ich die male frei 4 jetzt könnt ihr wieder hoch gehen 5 warum nicht auf 3 2 warum warum nämlich nicht 4 5 9 9 9 10 7 8 8 8 8 8 8 könig ich kann ja auch auf 2 gehen naja 1 2 5 jawohl hat gepasst 6 8 8 9 9 11 15 16 16 König, da geht nichts. 9 8 7 6 5 4 5 6 7 8 10 Buben Dann Krass 2 1 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 6 7 Traumhaft gespielt. Ich weiß. Wo geht es denn nach rechts? Ich mach erstmal das weg. Ui. Boah. Ist schon ne ganz schöne Menge, ja. Allein jetzt ein Anfang. Was war es? 168? 2 Ass König Dame Bube Was bedeutet das jetzt? Ich kruife auch die andere halve nemen. Tja. Ich kruife auch die andere halve nemen. Eins? Ich kenne dich. Ich kenne dich. Er lös. Ja. Du. ja was nur drei stände gekriegt das ist ein Spar Drei Da geht hier nur die Vier König Dame Bube Dame Bube Vier Den oder Dein Nur den rechten erst Was? Genau Zwei, Drei Ne, nimm die drei hier König Dame Bube Drei Zwei Zwei Sieben Acht, sieben Vier Bube oder neun? Da ist der Bube Bube Nur zwei Sterne Überlegen Nochmal zu Nochmal zu Ich mach den auch mit drei Sternen und dann war's das für heute Bube 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 As Zwei Drei Drei Ein, nee, 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 nein, orientiert Sechs, sieben, acht, sieben, ich dachte auch die Neuen können, das hätten mir nichts gebracht. Acht, As, König, Dame, Bube, Dame, zehn, neun, acht, sieben, drei, acht. Hmm, doch mal. Acht, sieben, sechs, sieben, neun, zehn, Pube, zehn, H. Hmm. Hmm. Okay. Immer noch nicht. Noch einmal probieren. Nein, nicht die acht, ich möchte noch da drei Sterne haben. Drei Sterne. Pube. Zehn. Neun. Zehn. Vier. Vier. Dame. Sechs, sieben, sechs, fünf. König, As, zwei, fünf. Zwei. Speaker 2 Pfund. Tschüss, ein bisschen weiter. Wir haben. Lang PROFESSOR- Ach nee, das gibt's doch nicht. Mensch. Guck mal, ein Spiel kostet immer 1000 Gold, ja? Ich könnte zwei Wildkarten benutzen, das wäre, sozusagen, besser wie ein neues Spiel. Das ist jetzt die 8. Guck mal, ein Spiel. Hmm. Oh, wow. Ja, die 8 war das. Ich wollte doch noch die 7 als Gold machen. Nochmal zurück. Jetzt schaffe ich das. Auch mit denen hier. 4, 5, 4. Wild würde noch nicht passen. 2. Hab dich lieber andersrum gemacht. Mist. Ah, 10. Ich drücke hier auf die 9 und brauche die 10. Oh. 4, 8. 5, 6. 5, 6. 8, 9, 10. 8, 10. 9, 10. 10, 11. 10, 11. 10, 12. 10, 12. 11, 12. 11. 12., 17, 12. 15, 16, 15, 16, 16, 16. Hm. 3estrainder. Augengewouth neutral. mit dem schocker karte gut 8 war ich glaube ich mal sagen das war es für heute es war eine schnelle runde schnell schnell ist was anderes aber ich will mal mein ticket ab und sage mal danke für zuschauen ich würde mich freuen wir doch nichts dabei sein bis dann habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen ein 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 ein